ach ja es ist so schön immer wieder zu verlieren aber was bleibt ist der spaß nämlich bei mir das und das ist das was zählt und heiße euch hier mir trotzdem immer noch willkommen auch bei so vielen niederlagen bei pokémon tech und dx auf der nintendo switch ich bin von neuer gameplays als hobby im verzweifelten versuch punkte zu sammeln um endlich mal wieder auf zu steigen statt abzusteigen wir suchen mal den nächsten gegner und schau mal was passiert neue auswärterung gefunden wir haben wir wafer aus deutschland 412 siege okay ist also auch wieder nicht so ohne gruppe c3 sogar wie sei knackrack auf na das will ich doch auch hoffen schauen wir mal hat nicht das funktioniert was ich machen wollte habe ich da noch eine chance ich weiß es nicht okay sieht sieht irgendwie blöd aus aber wie gesagt der spielspaß ist das was zählt und ich hoffe ich unterhalte euch einfach damit ich hoffe ich seid nicht so gierig darauf siegen zu sehen kerle ne darf ich überhaupt was machen ne anscheinend nicht meine güte voll abgelustig respekt wafer du bist gut ich glaube bei mir dauert das noch fünf jahre bis ich mal 400 sieger ein stern wie geil na gut also wie gesagt ich hoffe ich konnte euch unterhalten und ja und im sinne des unterhaltens könnt ihr mir gerne daumen nach oben geben und ein abo vielleicht da lassen und bloß nicht abhauen mit ein abo also ne nicht abonieren so und ja gut wir sehen uns hoffentlich trotzdem noch beim nächsten kampf bei pokémon technet x auf nintendo switch mit mir von löger gameplays als hobby und viel spaß noch auf meiner youtube seite beziehungsweise mit meinen let's plays und dann sehen wir uns tschüss